Ich bin Didi Hamann. Ich bin Musikproduzent, Komponist und Musiker. Ich produziere, schreibe für Künstler, für Plattenfirmen, für Fernsehsender, Filmmusik mache ich für Werbespots. Das ist so mein Haupt-Tätigkeitsfeld. Ich habe früher in der Band gespielt und wir hatten einen Plattenvertrag bekommen. Die Plattenfirma hat ein Stone Studio geschickt, da haben wir aufgenommen und da habe ich gemerkt, das macht mir richtig Spaß im Studio Mucke zu machen. Und dann war irgendwie die Session zu Ende, die LP war eingespielt und viele Sachen waren noch so, dass ich gesagt hätte, das kann man noch verbessern. Das ist schade, ich wollte gerne noch weiter kreativ werden. Und dann ist daraus der Gedanke gekommen, komm, wir machen das in unserem Proberaum. Der Band macht man ein Turnstudio. Ich habe parallel bei mir studiert, also von der wollte ich immer sowieso schon Musik machen. Und ja, so ist dann halt parallel zu meiner Karriere als Musiker das Studio entstanden. Das Besondere an elektronischer Musik, also ist erstmal, dass wenn man es richtig macht, dass sie unheimlich groovt, dann hat sie einen unheimlichen, ja einen unheimlichen starken, energischen oder energetischen Fluss. Das hat mich das Besondere. Und dass sie einen unheimlich pushen. Also ich finde die Idee sehr gut, das im Studio zu machen. Praxisbezogen, direkt an der Basis im Turnstudio. Das ist bestimmt für die Leute interessanter als im Klassenraum zu sitzen und sich das theoretisch anzueignen. Ich kann direkt auch am Computer demonstrieren, was ich mache, wie ich produziere. Ja, man ist ja auch schon nicht mehr. Ich bin ja keine 20 mehr und da gefällt es mir sehr gut, dass ich mir also das Wissen, was ich mir in den letzten 20, 30 Jahren angeeignet habe, dass ich das weitergeben darf. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man nicht mehr weiterkommt und ich sage immer, Musik ist immer ein kontinuierliches Lernen. Das geht mir heute noch so. Und man muss einfach, ja, den inneren Schweinhund überwinden und einfach loslegen. Ich bin Sidi Hamann, Musiker, Gold, Platin, Musikproduzent und du kannst das auch. ... ... ...